Äh, äh, äh Nein Da kipps direkt bei dir dran R2 Wohin? So, let's go B Weiß nicht Älsert sich keiner Gelb läuft nach B Und du bist... Grün läuft nach B und das bist du Ich geh Cutters Ich bin mit der Bombe in der Hand rausgelaufen und hab versucht zu schießen Warum tust du das? Weiß ich nicht Wollte mal gucken wie es nicht geht Oh ja Da ist einer der läuft gerade los Raki, da war ein Gegner Ich hab keinen gesehen Der hat noch direkt die 5-Serve hin, ne? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Counter-Strike, wir haben die Zuschauer nicht begrüßt Ah, ich hab's vergessen, es tut mir leid Hallo Zuschauer Ich hab mich auch nicht auf Aufnahmestarten gedrückt Von dem her war gar nicht so... Ja, bei mir seht ihr ein paar Sekunden mehr als bei Weed Aber ihr habt mich nix verpasst Ich hab einfach vergessen auf Aufnahme zu drücken Hab dann versucht mit der Bombe die Gegner zu erschießen und bin dabei gestorben Und ich bin dabei gestorben, als ich endob war Also wie immer Der könnte gut sein Haben wir einen Clan? Ne, ne? Das ist kein Clan, ne? Ne, ne, ne Ne Den hab ich gar nicht gesehen Den habe ich gar nicht gesehen gehabt Du? Welchen Kano? Den geradezu gestorben hat Den geradezu er geschossen hat Da meinte Weiß ich hoffe nicht so machen wir letzte runde einfach nur strunzt ständig gegen zu b laufen und dann irgendwann mal nach A geradedurch 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 direkt geradedurch ist einer bei B aus dem Wied ist er schon tot der Otter ist schon tot schuldig ich bin jetzt angewöhnen muss ich bin tot ja du kannst auch youtube ach ab morgen durften wir eh keine videos mehr hochladen ich wollte gar nicht schneiden eigentlich genau ab morgen brauchst du auch nicht mehr schneiden weil ab morgen darfst du eh keine videos mehr hochladen nur dass ich seit heute neue sind aber was machen dann leute wie Gronkh die ja eine gesamte firma darauf aufgebaut haben jetzt wird sich heißt ja ist nicht klagen klagen ja da bin ich ja mal gespannt immer sehr genauso schlimm wie ich der kombat kompra entschuldigung er macht ja auch dauerfeuer ich muss es tun wie das tut mir leid hey die bombe rechtes gebiet bombe gibt es vorher wo es hingeht in der liga hier leider ja in der liga ja in der skill stufe weil da oben wird einfach alleine gelassen und wir gehen trotzdem sag mal dracki das war die waffe letzte runde schon entdeckt ja den dritten habe ich nicht gekriegt die waffe ist gut die waffe gefällt mir wenn die doch noch ohne visier wäre wäre sie mir noch lieber ein gründer eben ist die bombe das mann gekündigt die sein arsch teuer 5000 kostet eine 55 mit 22 visier stufen ich geschaut wenn ihr alle da lang geht dann gehe ich über ich sehe nichts die flasht beim autos auch nichts one is doppeldoze planting arm has been planted so du schaust short sehe ich das richtig ja who is watching long okay short short Können sie es noch schaffen? Deswegen habe ich gefragt, wer nach lang schaut. Weil keiner lang geschaut hat. Ja klar, wenn ich es noch. Vor allem hat er ein KID. Das war ja... Okay, ich dachte jetzt ohne KID. Hätten sie es ohne KID geschafft? Ja. Ohne KID sind glaub C, mit KID sind glaub 5. Aber don't nail me, sis. Ich muss mir zu leid halt weg. Wohin? Ich bin für A. Ich weiß nicht, ob uns irgendjemand zuhört. Sieht aber so aus. A lang? Oder A schaut? Wer läuft denn da? Dracchi! Was denn? Nimm das Messer in die Hand, dann läufst du schneller. Ach, ist mir doch egal. Du blockierst alle. One left there on the place. Double door. Du musst sagen, wenn wir A spielen, musst du sagen, welche Double door? Wieso? Weil, gut, Double door ist eigentlich... Ja, das ist die Frage. Manche sehen Double door als die Doppel-Doppel-Türen. Achso. Aber das sind eigentlich Long doors. Ich sehe jetzt Double door jetzt unten, die bei Cutters reingeht. So quasi hinter deren Spawn links. Okay, das sind mir ja, okay gut. Ja. Ansonsten die anderen wären halt doors long oder long doors oder... Eigentlich orientiert man sich an dem, was oben links steht. Nur halt direkt. Besteht da nicht auch sogar Double doors bei den Katakomben? Weiß ich nicht. Aber der hat meine Waffe. Der muss treffen. Warum? Ist er es verbrannt? Schadet ihm das Feuer auch? Natürlich. Hä? Das Feuer ist Flächenschaden. Egal wem. Nee. Ja, ja. Also auch für Freunde. Ja. Quasi es kann durchaus sein, dass sie sich selbst wegflämmeln, also selbst die Bombe erst mal verbauen damit. Ja. Ja. Ähm. Ohne mich. Achso, was haben wir gelernt? Mit was lernen wir in der Hand? Mit dem Messer? Ist mir egal. Ich renne nicht mit dem Messer in der Hand. Warum nicht? Du blockierst alle anderen, die hinter dir laufen. Ja, können wir doch vorbeilaufen? Das dauert aber länger. Das dauert aber länger. Der Weg ist nicht so schmal? Mach's doch da richtig. Wow. Au. Ach. 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 long ramp was ist die rampe die ernten so bombe hochnehmen im auto bombe wird auf bblasen du bist auch schon drückt ich glaube ich als erster gestorben dann sieht man mal die letzte runde war nur eine reine glückssache und aus guckt er zum beispiel eben seine eigene mit feuer gekillt sorry okay go long yes Geht alle gegen A. War ja auch angekündigt. Ich habe niemanden behindert. Ich habe ja diesen Weg gelaufen müssen. Oben auf den Container drauf bei A. Komm, Ram down. Wieso kann ich nicht? Achso, weil wir auf der Seite sind. Ah, ich gucke auf die falsche Seite. Ich raff gar nicht, dass wir auf der rechten Seite aufgelistet sind. In der Killcam. Was guckt denn? Was guckt denn hinter sich? Ey, ich rutsche immer weiter ab, aber ich bin immer noch besser als du. Tweet, tu mal was dagegen. Ja, läuft sie so. Los, sei besser als ich. Wir müssen gehen. Flaschback. Decoy. Flaschback. Flaschback. Feuer auf rein. Alles gern. Fuck. 110 Schaden. Wie hat der mich denn gesehen? 110 Schaden. 110 Schaden. 110 Schaden. 110 Schaden. 10 Schaden. Der Goldenen Balken unter dem Namen ist der Lebensbalken. Ja. PANIK! Oh! PANIK! Ah! Close, close, close. B. Okay. B? B. Ja. B. B. Hey, hey, hey! Ja, ich glaube wir haben die Runde unter 30 Sekunden beendet oder so. Wir gehen? 2 mit Planen, Planen, Planen Watching window Achtet auf die Cutters Nice Der letzte ist am Spawnen und der letzte ist tot Was ist das immer für ein züchtendes Geräusch? Weiß nicht Also das kann sein wenn du eine Smoke in die Bombe wirfst Äh in äh Feuer Where to? Let's go Algorash B Okay Herr Rush B und dann ewig stehen bleiben ist es halt nicht wirklich die Taktik Worn Cutters Hey Drucky Es ist Worn Cutters Oh Okay einer war noch A lang Aber der ist jetzt nur das Kriegsrübel Blenden Ne doch nicht blenden Links Gibt es noch Zusatzpunkte? Ja Ja Reinkommen Ich bin mit der A lang Ja Wir werden die Taktik Ja Ich bin mit der A lang Ich bin mit der A lang Flashback Klopp klopfen alle über B Double Doors Ah Short 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 Kam es an? Nein Weiß ich nicht Kann es sein dass ich die nicht höre wegen Lobby Gäste Habe ich nicht Schlafen Gäste Wollt Ich bin mit der A lang Schlafen Ich bin mit der A lang Wir werden mit der A lang Ich bin mit der A lang Das ist eigentlich hinter PPI ein Mitteldorf oder sowas. Moment, ich bin irgendwie mein Bild... Ich bin irgendwie rausgeflogen gerade aus dem Bild. Moment, ich sehe nichts. Mal spiel das weg. WGmb. Ja, ich warte darauf, dass das Bild wieder da ist. Tappt nochmal raus und wieder rein. Ja, ich habe gerade wieder reingetappt. Ich warte, dass das Bild wieder auftaucht. Also. Ja, ich habe gar nichts. Ich sehe gerade nichts. Ich weiß gar nicht, was hier gerade los ist bei mir. Ah, jetzt! Oh, er ist zurück. Wie steht es? Wie der letzte, ne? Mhm. Ja, da war ich. Ich war einfach geflasht, in der Sekunde war schon. Was für ein No-Scope. Einfach nur Glück. So, Rush B ja gern. So, ich hoffe, ich bin in der Aufnahme wieder drinnen zu sehen. Müsste aber eigentlich, ich entschuldige mich ganz kurz für den Black Screen, aber ich war rausgetappt und wusste nicht, wieso es ist, warum. Jetzt weiß ich es. Bei Fenstermodus wäre das nicht passiert. Ne, das war nicht das Problem. Das Problem war, dass der Drakki aus Versehen Text getippt hat. Und dann so weit rausflog beim Text tippen, dass er mit Escape hätte zurückgehen müssen. Aus dem Chat. Aha. Aber, das wusste ich ja nicht. Ich gehe mal über die Rampe. Oder, na Quatsch, ich plant es. Was ist das Spawn? Dann holst du erstmal die Bombe, dann stirbst du. Okay, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht da hinten gesehen. Hast du ihn gesehen? Ja, mir war fast klar, dass er da steht. Der ist immer noch da, wetten. Ja. Mhm. Hab ich Schüsse fliegen sehen. Welches Gewehr kannst du empfehlen? Ach komm, wir haben einfach mal die AK. Ich kann die AK in der Tat empfehlen. Ich bin natürlich mittlerweile der Letzter. Die hat sich gehört. Geht alle nach B. Ja, das ist nur ein Punkt weniger als der Foti und ich. Geht alle nach B. Ja, das ist nur ein Punkt weniger als der Foti. Ja, das ist nur ein Punkt weniger als der Foti. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Hä? Das ist die erste Hälfte, die letzte Runde von der ersten Hälfte. Ja. Das wollte ich damit sagen. Ich glaube, dieser Mann war auf B. Es war noch ein Punkt auf B. Great. What a shot. Wow. What a shot. Er bleibt einfach stehen. Ja, ich rufe den Wechsel. Ach so. Stimmt. Wir spielen jetzt wieder in die andere Richtung. Okay, ich rufe den Wechsel. Okay, ich rufe den Wechsel. Denke ich A. Wir sind zu dritt auf B. Ich rufe den Wechsel. Du bist jetzt grün. Be through cutters. Nein. Gerade Baum. Gerade killed. Vorne ist der Degel. Das war der mit der Degel. Wow. Die Bombe ist aber nur noch bei den Cutters, ne? Wissen wir nicht. Doch. Doch. Laut Karte, ja. Ja, aber sie hat die wieder jemand aufgehoben. Warum rennen die alle so sinnlos da drauf? Reicht doch, wenn eine andere stirbt. Das reicht doch, wenn ich sterbe. Ich bin doch zuerst gestorben. Sonst hätten wir alle hinterher gelaufen. Das ist aber eine Diegel. Klappt das? Unsere Mission ist einfach. Geh sie raus. Zwei von der Mitte. Na, schade. Ich dachte, ich kann doch rüberwerfen. Sieht so aus Schott. All lang. Definitiv nicht sein kann. Ich bin auf Schott und hier ist niemand. Doch. Wollen in der Apo mit. Deinach. Oh, Short. Morbuts. Licht an, Moment. Oh, da bin ich wieder. War jetzt ganz lange weg, ich weiß. Wenn ich Lichter mache, wie wir fliegen, Cody. Komm schon. Äh, ich habe ein Fliegengitter vor dem Fenster. Ja, ich habe hier vor dem Doppelfenster kein Fliegengitter. Ich glaube, ich bin ein Fliegengitter. Ich bin ein Fliegengitter. Ja, ich habe hier nicht gelaufen. Flaschbank. 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 Gernst du Flaschbank? Flaschbank. Flaschbank. aber dann klar also zu schießen kann ich kein empfehlen aber die sind gut also in einem wirklichen ja ja wir haben es mal wir haben es mal aus purer langerweite verbunden mal getestet mit der p9 vergiss es das abzugsgewicht der p9 zu hoch dafür glaube ich kilo abzugsgewicht oder andert halb die eigene flash ja zum unterchen wer sich gerade langweilt ich muss eigentlich nicht da rein zu pushen oder ist niemand push ruhig sind alle a lang wetten kam ja nicht mehr hoch ich will über lang gehen jetzt ja ich gehe wohl lang ich bin ja bei dir perfekte war lang der wie zogen die hat eine runde und wieder eine neue wahl und der wieder eine neue peng peng flashe zombie ich habe die akku ja wenn du dir das erlauben kannst kommt du die akku mb mb äh denke ich b ich hoffe mal dass ihr mit der waffe auf etwas reißt ich bin der waffe an wieso wir wollen unbedingt eine ich hab sie eben gegeben soll ich damit ich kann aber nicht umgehen Flasherzombie, Flasherzombie Ach, scheiße Ich komme mit diesem blöden Standbild Nicht klar bei der Flash Das macht mich so dezent fertig Guck mal, ich habe meinen Gegner getötet, während ich durch eine Blendgranate Hitte da Puh, ne, Ausrüstung lasse ich weg Bitte kommt die mit Flasherzombie Weiß nicht, wo es vorher hängt Stehst es aber nicht Doch Wieso Ich gehe über B Ja, B Du hast leider einen Teamquieter abquiet Habe ich wirklich nicht den eigenen Teamquieter abquiett? Ja, du hast mich getötet Ich bin entschuldig What the fuck Weil irgendwie, ich habe mir eine Pistole und ein Gewehr gekauft Und beim Runterscrollen ist er direkt auf das fucking Messer gesprungen Ich habe mir erst mal gesehen, da steht jemand draufgestorzen Da stand auch ein Gegner Ja, genau, der hat geblendet Ja, ja Der habe ich ja danach getötet Oh Gott, die gehen alle B Ich habe ganz kurz Lex Ja, der Bombe ist aber nicht auf B Nee Mit Schaut Long Die war auf Long Ich gehe short Okay Ich gehe mit dem anderen und schau mal, was ich so kriege Ich will hier ja noch eine Waffe Oh, eine Op Huch Gut, dass das so passieren So, who wants an Op? Man weiß ja nicht Eins Go, go, go Ist hier wieder alle A Nee, ich bin B Ja, aber drei sind A lang Besser als einmal zu wenig, ne? Bombe ist A Short Okay Und Cut das Sorry Du hast mich nicht getroffen Ja, das war aber auch nur das Spiel der Meinung, die ich nicht getroffen habe Oh, da trage ich ja die M4 ausgerüstet Oh, nein Ich hatte die M4 ausgerüstet Ja, die habe ich jetzt Du hast ja alles, du hast sie kaufen Ach, du hast die M4 Ja, du kannst doch die M4 A1 Du kannst im Hauptmenü Die M4 hier gegen die M4 A1 tauschen Wo ist der Unterschied? Die M4 A1 Nein, die andere hat einen Schalldämpfer Ach, braucht kein Mensch Sorry, bin Gott der Op Nee, Ausrüstel lasse ich weg Okay, dann gehe ich lang Bis dahin? Bibi bi bible Bibi 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 Bluwing flashbang wieso war der neben mir tot ich möchte was sagen wir verlieren das aber wir haben echt gut gespielt ich muss auf eine ump wechseln ich gehe mal schaut short ist clear hey they are coming through mid to be double door ja eben genau da sind sie wobei gelauncht warum flasht der da rein hey jetzt nicht sterben nicht sterben nicht ich bin mitten im rauch ich war mitten im rauch ja du ich wusste nicht wo ich hin muss der team bei den ich gehe wieder short du weißt ja überleben heißt offen verhalten das war bei dem nicht so ganz ja ich weiß dass es in dem fall so war aber ich wusste nicht wo ich hin renne war ich war nur im nebel oder bist du gestehen ja dann bleib im nebel stehen ist ok da sieht ich gerne short 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 die sind alle auf der brücke die waren halt alle auf der brücke Wahrscheinlich geht noch einer hinter dir Feuer Wofür ein Decoy? Weiß ich nicht, hatte ich übrig War halt da Ich hätte auch lieber in den Ikea-Schrank geworfen, aber hatte ich nicht Du wirfst da so einen Pax, die gucken blöd Ja Oder ein Kallax Oder ein Kallax, richtig Oder so ein richtig schönes Kantholz, also quasi so ein Lack Oh ja Schön in den Gegner rein Ich habe jetzt richtig Ausverkauf gemacht Geh mal wieder was schaut Nein Nein, auch Binspaw B Weed Ja B, da wurde gerade einer von uns erschossen Einer steht halt noch mit Spawn Ich sehe nichts, ne? Das ist voll Rauch Guck mal noch Flash Wo geht der denn rum? Der geht die ganze Zeit durch den Gegner Spawn Der kann auch stehen bleiben Damit haben sie gewonnen Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen Level Up Ich habe auch ein Level Up Promotet Und ich habe mir ein Herz denn geschenkt bekommen Ah, wie süß Irgendwie hat er auch was geschenkt bekommen Viel 약간 vii Und bis zum nächsten Mal Tschüs Tschüss.